hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen projekt da startet meine kapitel was muss ich machen das war es schon gelandet region ebenen landungskapsel verlassen funktionsrad viele nützliche funktionen erhalten bewegen ok kompass benutze den kompass um orientierungspunkte im auge zu behalten vielleicht noch selber orientierungspunkte setzen missionen helfen dir bei der forschung und liefern werkzeuge und entdeckungen für die reise missionslog hoch wird an landeplattformen und astronomierruckssäcken befestigt um missionen und ziele zu verfolgen belohnungen beanspruche belohnungen von abgeschlossenen missionen an landeplätzen über das angehängte missionsloch unterkunft basen das basis baugegenstand betreten eine permanente basis unterkünfte bieten sicheren raum strom und sauerstoff erzeugt ein e pro sekunde oder energie erzeugt ein energie pro sekunde noch weiter mein hier da ist mein missionslog betracht und verfolge den status der exo trainings und erkundungsmissionen so was haben wir denn bekommen planeten fallbelohnung angekommen auf sylia überlebe die landung auf sylia bereit zum einsammeln sauerstoffmacher 1 und kleiner drucker 1 aktiv astronearing grundlagen ab der oxy generator aus installiere oxy generator in unterkunft verbinde drucker mit strom zur unterkunft der just wollen also ok also berge starteinrichtung vom lande plattform gegenstand verbindungen 1 bonus bei 500 sauerstoffmacher gegenstand zur sauerstoff erzeugung gibt sie nun halten zum auspacken sorgt für konstanten sauerstofffluss zu angeschlossenen verbindungen plattformen und kabel aktualisiert installiere ach guck mal das kann ich ja jederzeit selber aufmachen das ist ja cool verbinde drucker mit strom zur unterkunft wartet mal dann bist du der drucker ne weiß ich nicht wo packen wir den denn hin erstmal hier irgendwo kleiner drucker anfertigungsgegenstand y untersuchen drückt druckt kleine bis mittlere gegenstände aus ressourcen zieht im aktiven zustand ein e s ok ein e pro sekunde hier kann ich nicht jetzt hier mittelgroßer drucker hart mittelgroße plattform mittelgroßes lager ein rober sind kleiner kanister mittelgroßer drucker kann auch gar nicht alles machen ne rechte dinge und drehen und ausdrehen und dann würde ich das gerne so ein bisschen rausdrehen wie verbinde ich denn das jetzt hier also so astro nearing grundlage neue mission atempause belohnungen aber ich krieg keine belohnung eine verbindung und 500 bei zeigte jetzt schon bekommen also da ne krieg ich nicht und krieg das nicht verbinde einen haltegut vom oxigenerator haltegute werden platziert um sauerstoffzugang von oxigenerator zu verlängern und können von rucksack aus können von rucksack aus äh gedruckt werden ok räuchungskatalog ach das war das wir haben null bytes ja was ist denn mit den anderen 500 bytes passiert die halt nicht bekommen oder was weil schweinerei ja eh da wird ihr beschissen hm ok ok u oh j Gemisch benötigt, Astropedia öffnen, hergestellt von Erdzentrifuge, verfügbar auf allen Planeten. Ressourcen, Astronium, Ammonium, Lehm, Gemisch, Graphite. Nematid, Lithium, Manachid, also so die bekanntesten Sachen, Quarz, Zink, Titan und so. Oh ja, ja. Verbindungen. Kleiner Drucker, Arbeitslicht, Leuchtfeuer, kleiner Generator, kleiner Kanister, Sauerstofffilter, Verbindungen. Ja, das soll ich ja jetzt bauen, irgendwie, ne? Weißt du, die hier? Wenn du nochmal drückst, kannst du in der Luft schweben damit. Erstmal ein bisschen hier die Vegetation, ne? Das sind ein paar Ringe. Viel zu grün hier, ey. So, kann ich jetzt damit irgendwas bauen oder nicht? Wir brauchen ein Gemisch. Was ist denn ein Gemisch? Wir kriegen ein Gemisch. Dann wird so der Kohlenstoff. Hier. Was ist denn? Hier. Das Gemisch. Ah. Was ist denn da unten? Oh. Oxygen. Hab nicht mehr viel. Jetzt aber schnell. Ui, 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 ui. Das wär ja was gewesen. Kann ich eigentlich auch was, äh, wieder loswerden hier vom Rucksack? Funktioniert denn das dann? So gut anomaly das dann. Was? Just kidding. Hallöchen Sarah, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Na du? Habe ich jetzt nur einmal gemisch? Hätte doch schon voll viel gemisch dran da. Das ist einfach überschrieben wieder mit den organischen. Oh dann muss ich erst mal wieder zurück. Ja 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 ja. Einen anti-mammann. Doch ich habe noch nie ein paar Schlagerschen. Ich muss mal runter drücken. Woher soll ich das nicht. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Was soll ich denn die? Ich bin raus. Ich kann das nicht raus. Dankeschön! Was funktioniert denn jetzt hier? Verbindungen Den Sauerstoffgegenstand halten fürs Benutzen. Bündel von Verbindungen, das dein Sauerstoffnetzwerk erweitert, bin an Oxygenerator angeschlossen. Okay. Aha. Guck mal hier noch an. Und immer wenn denn die Verbindung aufhört, muss ich da sowas hin platzieren. Genau. Jetzt kann ich hier so ein bisschen... ...bisschen weiter erkunden, ne? Dann kurz noch mal eingenickt wollen. Hast wohl nicht genug geschlafen, ne? Oh, da sind aber so einige Dinger drin, ne? Wenig scheint das nicht zu sein. Hm? 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 Was haben wir denn hier alle zu? Oh, hier haben wir direkt Harz. 1x24. 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 0x24. 0x24. 1x24. Das ist ein Boxel-Engine? Nee, das war ein Rear-Engine, ne? Das nimmt sich aber an wie eine Boxel-Engine. Ja, guck mal, ich bin hier überprollt, ey. Doch, mehr als sonst und sogar länger. What? Aber hat wahrscheinlich der Körper denn die Zeit nachgeholt, ne? Ist ja meistens so, ne? Also, die sind fertig, ne? So, wir packen mal hier die Maiskolben, packen wir mal hier. Mhm. Die Gurken kommen hier rüber. Ich muss schon überlegen, ob ich nicht vielleicht doch lieber mit Maus und Tastatur spiele. Ja, mal kurz alles aufhören, wie das ist. Wie ist das? Wie ist das? Wuuuuiiii. Der hat sich wohlfühlt. vielleicht ja auch wieder neu hinstellen und so ist ja cool wenn ich jetzt irgendwo anders hin möchte, dann stelle ich jetzt einfach hier hin und dann ist ja cool ich glaube mit Maus ist mit Maus ein bisschen angenehmer, glaube ich so ein Arztding haben wir nochmal voll, organisch weiß ich noch nicht ob wir das brauchen oder nicht brauchen weiß ich nicht ich, ich nicht quitten was muss ich überhaupt machen ne Verbindung haben wir noch genug glaube ich wo ist denn jetzt hier das Menü, oh lol, Shortcut ich kann sogar Shortcuts machen ich kann sogar Shortcuts machen ne ich meine, ey, wie weit ich hier gehen kann das ist ja einfach mal doppelt so weit, ey jetzt wollen wir mal da hin jetzt brauche ich nur noch die Taste für jetzt brauche ich nur noch die Taste für oh, warte was ja so ein Speer rausgeklickt wundere ich mich gerade hin dann geht es nicht wieder das ist ja mal ne Reichweite, ey ohne Shit das ist ja mal ne Reichweite, ey ohne Shit das ist ja mal ne Reichweite, ey ja das ist ja das Spiel ganz cool, muss ich sagen ich weiß nur noch nicht so richtig was ich hier machen soll was ist mein Ziel was ist meine Aufgabe hier Astron hier wollte ich auch machen konnten Auf jeden Fall nicht verkehrt, ja. Kann man sogar zu zweit oder zu dritt zocken, ne? Merk. Hüpfranke, Gefahr. Entwurzeln zum Samen. Um Samen zu ernten. Produziert bei den Antippen. Ressourcen organischer organischer Ressourcen. Mit Stumpf und Stil grabe eine gefährliche Pflanze aus. Habe ich gemacht, ja. Hüpfranke, Samen. Scannen. Mit einem Ball bekommt man recht weit. Pflanzen. Ein neuer Freund. Pflanze einen Samen. Was habe ich jetzt hier? Ist er auch nur ein Samen, oder nicht? Soweit ich weiß, musst du alles sammeln, damit auch deine Station großartig kann. Und alles erkunden. So, auf jeden Fall nicht verkehrt, ja. So, organische Sachen habe ich, glaube ich, erstmal genug. Aber hier hinten haben wir noch so ein Quarzfeld. Der Feld. Ein Quarzfeld. Kann ich die Sachen auch wieder einlagern? Händelgern kann ich sie nicht, ne? So wie es aussieht. So, Quarz. Pack mal hier hin. Und weiter geht's. Dann muss ich sie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 A, J, L, A, V, B, N, M. Ich will zu meinen Missionsdingern. Was ist denn der Shortcut hier für die Mission? Ablagerung. Fülle einen kleinen Kanister mit Erd. Kanister können Erde zum Auffüllen und Abflachen des Geländes aufbewahren. Achso, ich muss Kanister haben dafür. Sammle Gemisch. Benutze das Geländefahrzeug, um Ressourcen zu sammeln, während du geräbst. Warte mal, ich brauche jetzt erstmal einen kleinen Kanister. Wie mache ich den? Dafür brauche ich Harz. Harz habe ich tatsächlich schon ein bisschen gesammelt. Das ist also kein Problem. Hallöchen, Stellin. Na, wie war deine Woche? So, fülle einen kleinen Kanister mit Erde. Okay, das machen wir gleich nebenbei. Und dann brauche ich noch viermal Gemisch. Verbinde einen Haltegut. Achso, was ist denn das hier? Kleiner Kanister. Verbindungen. Ah, cool. Ja, alles schickt bei mir. Wie sieht es dann bei euch aus? Die Woche war ganz okay. Viel Arbeit, aber ganz okay. Das freut mich. So, ich brauche jetzt wieder Gemisch. Wo war denn hier Gemisch? Wo findet man denn hier Gemisch? Eher so einen Wald? Oh, Gott. Ich kann nicht stopfen, ich kann nicht stopfen, hier ist das Gemüsch. Ach, hier kann ich das wechseln. Was war das mit dem Gemüsch? Ist ja gar nichts. Das tote Hose. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Hoffentlich habe ich das Wochenende 14 Mal bekommen wir wieder. Die schwer zu beschenken sind, dann schenkt er einfach gar nichts. Okay, einmal gemischt. Eins von vier, wow. Eins von vier. Schutt. 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 Nice. Und du mal mit. Und stell dich mal da hin. Hier haben wir noch ein bisschen Gemüsch. Hier sehr viel organisches Zeug. Na ja. Grün ist voll und orange ist schon angefangen, oder was? Ja. Ja. Ja, manchmal komme ich auch nichts. Aber Heiligen möchte ich dann doch was schenken. Wir sind einfach zehn Geburtstage im Mai. Ach du Heiliger Bim Bam. Das ist ja eine Menge. Ich habe hier so einen riesigen Staubsauger. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Forschungsprobe scannen. Oh. 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 Noch mehr Bytes. Gibt es immer her damit. Weil es ist ja hier irgendwie Kohle oder was? Also damit kann man Forschungspunkte kaufen. so wir werden kurz mal eine verbindung hier abstellen dann können wir auch hier runter aber noch ein bisschen gemischt so ein scanner wäre cool wo man scannen kann wo das gemisch rumliegt dass man hier nicht so unendlich suchen muss dass man das irgendwie so sehen kann okay da muss ich graben da liegt noch was er sagt mir zwar an dass hier irgendwie noch gemisch rumliegt aber ich krieg hier irgendwie nicht da ist ein bisschen jetzt kein scanner war leider gut dass ich nicht feier du feierst deinen eigenen geburtstag nicht hey wieder ein jahr älter unter der erde in einer höhle könnte sein wir werden jetzt mal hier so ein bisschen die verbindungen bauen ständig immer hier da gab es noch sei gut verteilt war sowieso sieht da ist noch so zwei von vier da ist noch was da ist noch was da ist auch noch was uh hier haben wir gerade eine ader gefunden oder was drei von vier jetzt geht es so ab hier gerade eine ader gefunden bäähm gleich wieder eins mehr aber ich baue hier so eine unter Wasser äh unter unter Tage Basis baue ich da ist noch was da ist noch was da ist auch noch was da ist auch noch was den muss ich doch gar nicht so tief graben 4 von 4 sehr gut das ist ja uns Logbuch ach da kann man auch so zugreifen ok also fertig 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 erfolgt belohnung so sammler gemisch und sammler harz kriegen wir ein mittelgroßes lager ein mittelgroße plattform und sauerstoffmacher aber nur die schemata oder was da kriegen wir ein gegenstand gegenstand und äh bei der lande plattform kann ich nicht beenden verfolgt druckle mittleren druckler baue mittleren drucker in plattform ein aufrüsten ok warte mal wir müssen erstmal wieder zurück so wie es aussieht gehen wir erstmal wieder zurück zur Basis auf 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 wo 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 und wo wo sch war war wichtig es im service gels jetzt geht es nicht mehr, oder was? Ah, jetzt. Alles kaputt gemacht, ja. Ach, ne, hab ich noch nicht mehr zu denken, immer noch, dass ich... Na, hat der auch was schönes, oder? Wenn man älter... Ne, wenn man jünger aussieht, als man tatsächlich ist. Hat der auch was schönes, Unterkunft, Basisgegenstand erzeugt, ein E pro Sekunde. Also ein Elektro, Elektrojoule, oder so, keine Ahnung. So, was hat er denn hier bekommen? Wir haben ein mittelgroßes Lager bekommen. Ich muss noch nur jetzt mal auspacken. Okay. Dann haben wir hier eine mittelgroße Plattformen bekommen. Die andere packen wir erst mal daneben, oder so? Sperren. Sperren ist nur, damit ich es nicht mehr anheben kann, oder? Okay. Können wir jetzt mal sperren, so. Ich glaube, was rauspacken? Lager kann ich nicht sperren, oder was? Aber acht Plätze haben wir da, ne? Also, ich kann den Boden denn anpassen? Ja, Moment, warte mal. Ich glaube, es müsste ja dann der hier sein, oder? So, was? Wo ist denn mein Teil jetzt hin? Hat er das vergraben, oder? Ah, hier liegt hier unten, okay. Ah, okay, okay. Alles klar. Ah, okay. Aber ich werde trotzdem jetzt noch ein bisschen die Mission verfolgen, ne? Aktiv verfolgt. Was ist der Unterschied zwischen aktiv und verfolgt? Druckle, drucke mittleren Drucker. Wo ist denn hier mein Drucker? Der hier, ne? Benötigt hart. Doch, da wäre ein bisschen was. Okay. Untersuchen. Mittelgroße Plattformen. Mittelgroßes Lager. Rover. Zweimal Gemisch. Kleiner Kanister. Arbeitslicht. Mittelgroßer Drucker. Das soll ich machen, ne? Das soll ich brauchen. Zweimal Zweimal Harz. Mittelgroßes Lager? Nein. Hallo, geht der hier? Danke. Okay. Wie komme ich denn hier wieder raus? Was ist das hier? Lass mich mal raus. Hä? Wer macht mir völlig? Hast du denn so, wie komisch? Untersuchen. Mittelgroßer Drucker soll ich machen. So, wie komme ich jetzt hier raus, ohne dass das wieder weg geht? Zweimal Gemisch. Mittelgroßer Drucker Zweimal Gemisch. Ich brauche ja aber keine Arz. Brauche ich Gemisch. Mittelgroßer Drucker. Let's go. Wenn wir den hinstellen, hier hinten unten? Da. Auspacken. Mittelgroßer Drucker. Anfertigungsgegenstand Druck. Große Gegenstände aus Ressourcen. Zieht im aktiven Zustand 2E Energie. Äh, muss ich denn hier den Strom ran machen? Wo kommt denn da der Strom ran? Da unten? Aber der geht nicht. Vielleicht ein anderes Kabel? Kann ich mir nicht ahnen. Kann ich sagen, du ernst genommen wirst? Ja, wenn dir deine Erfahrung abgesprochen wird? Ne. Also ja, von wegen, du bist, du bist ja viel zu jung. Hä, ich bin doch schon über 30. Siehst aber nicht aus wie 30. Czöre. 19. 21. 22. 32. 18. 22. 22. 24. 23. 25. 22. 25. 22. 24. 24. der hat nirgendwo einen Anschluss Batterien, keine Ahnung bin das spinnig ihr habt keine Ahnung was es hier gibt und was es hier nicht gibt da fragste ich den Falschen ich baue mittleren Drucker in Plattform ein aber ein Plattform habe ich da gar nicht gemacht oder? ach so den muss ich hier rauf stellen ach sooo was meine Patientin hat bei ihrem Mann ausgelungen weil er dachte ich sei nicht Schülerin dabei geht die Ausbildung drei Jahre und ich therapiere sie auch schon seit einigen Jahren alle hab ich schon vergessen Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform, große Plattformen, große Droga. Mach mal weg hier. Gut, dann wollen wir einfach mal sagen, gucken wir erstmal, was wir jetzt hier so, was kann ich eigentlich hier drinnen machen? Ach, dann speichert er das Spiel erst. What? Nicht mal ein Zwischenspeicher oder so, ja? Große Plattform B auspacken. What the F? So, wie kann ich das jetzt hier drehen? Mausrat jedenfalls nicht. Ah, C und, C und V. Okay, C und V. Als wenn das immer so knapp ist, ey, mit dem Kabel. Als wenn das immer so knapp ist mit dem Kabel, ey. Kann ich hier eigentlich irgendwas verbessern? So stromtechnisch? Einen größeren Reaktor oder so? Sauerstoff-Macher. Der macht halt die ganze Zeit Sauerstoff. Oh, warte mal. Versteht das richtig, dass ich das so in Reihe schalten kann? Ich kann das so in Reihe schalten. Ah, okay, okay. I get it, I get it. So, was haben wir denn noch so an Aufträgen? Da ist alles fertig, okay. Kraftvolle Probleme. Drucke und verbinde kleine Generator, kleinen Generator mit Energienetz. Erzeuge genug Energie, um deine Projekte zu unterstützen. Kleinen. Nein, Mann. Hör doch mal auf, wenn man die Scheiße aufzusammeln, ey. Sauerstoff-Macher. 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 kann ich aber nicht bauen warum kann ich das nicht bauen alternative herstellung erd zentrifuge extrahiert gewöhnliche natürliche ressourcen aus kanistern mit erde recycelt schutt und unerwünschte dinge um schrott zu erzeugen handelsplattform tausche gegen wichtige ressourcen und gegenstände anfertigung schmelzofen wandelt natürliche ressourcen in veredelte ressourcen um atmosphären kondensator sammelt atmosphärische ressourcen für den einsatz im chemie labor und das chemie labor kombiniert natürliche veredelte und atmosphärische ressourcen zusammengesetzten erzeugt strom der zeugt 5 pro sekunde jetzt habe ich also setzen sozusagen habe ich jetzt 6 e oder hier liegt ja alles um schutt hier haben kleine windturbine er läuft doch mal junge jetzt eingesehen wie viel energie ich gerade produzieren alles schutt 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 stromverlängerungen das sind nur noch gucken wie ich jetzt irgendwie wieder loswerde aber wenn wir mal eine runde hingen dann selbst noch spielen schön sonntag und viel spaß nachher beim zocken ist noch mehr strom ob das funktioniert stromverlängerungen zum verlängern von stromkabeln die segmente zeigen die stromrichtung ein das ist auch wieder nur schutt ne schutt 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 ok also wir haben jetzt auf jeden fall genug strom würde ich sagen durch die ganzen windturbinen haben wir zumindest tagsüber irgendwie genug strom ne drucke und verbinde kleinen generator mit energienetz und verbinde muss ich ihn selber drucken kleiner generator tatsache ja wo brauche ich gemischt noch mal mit dir ok haben wir dafür bräuchte organische stoffe können wir ja mal drauf packen so kleine batterie kleine batterie erzeug genug energie um deine projekte zu unterstützen die landeplattform einsammeln hier ist zwar die landeplattform aber hier liegt keine batterie wer das scammt also kleine batterie so wieder laufladbare romquelle speichert 32 energie produziert 1 der speichert jetzt die energie vom kleinen generator oder was ach ne guck mal hier nachts kommt auch wind guck mal wie schnell das geht guck mal die haben ja hier 3 die haben 8 plus denen sind 9 plus denen 11 punkte haben wir gerade gehabt ey kein wundersicht so schnell und die sind bitte hier kleiner drucker freigeschaltet verpacker musiker energie denn philosoph fahren. Neu, ich spiele da alles. Was soll ich denn jetzt mit der Batterie machen? Akku vollständig aufladen. Haben wir gemacht. Dafür kriege ich einen Schema-Tisch. Einen Verteiler und Stromverlenkung. Okay. Ein Geländefahrzeug? Entdecke eine Portalkammer. Sammle Lithium oder Lithium. Das Herstellen größerer Batterien erfordert Lithium. Aus Wesania oder Novus. Drucke und verwende Forschungskammer. Klingt doch noch ein Deal. Forschungskammer. Bei einem Räu wahrscheinlich wieder mehr Gemisch oder so. Forschungskammer. Zweimal Gemisch und einmal Harz. Ja, habe ich leider nicht. Ich habe zwar einmal Gemisch und einmal Harz. Aber mir fehlt halt noch ein zweites Gemisch. Dann müssen wir erstmal wieder auf Jagd gehen. Auf Gemischjagd. Wenn ich es richtig festgestellt habe. Wir sind hier los. Einfach runtersliden. Muss man gar nicht so tief graben. Das ist alles relativ an der Oberfläche. Warum hat denn der ist hier hinten schon wieder dieses Biozeugs drauf? Ich habe doch gerade extra organisch hier eingesammelt. Der Gemisch. Wo ist denn das da? Wo ist denn das da? Ist das ein Anzeigefehler? Wo ist denn das? Um. Was hab ich denn jetzt hier? Organische Ressourcen? So schrottig, ich wollte ein Gemisch haben. Oder sammelt ihr beides? Je nachdem was voll wird. Ich blieb da nicht ganz durch. Weil das immer anders angezeigt wird. Mal lasst ihr Gemisch auf dem Rücken, mal lasst ihr Organisch auf dem Rücken. Das verrührt mich. Das ist schon wieder eine organische Folge. Ich bin ein Gemisch auf dem Rücken. 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 was ich 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 Hm. Das war's. Das war's. diese hoch wo ist denn das gemisch das gemisch her hui sehr schön und weißt du schon in was du das investierst so wenn wir es mal wieder so weit wie möglich machen so gemisch ist nur organische scheiße hier auch keine organische scheiße auch gemisch hier ist nichts organischer bio-müll ist hier wir sind noch jemand entdeckt das wird dann eigentlich hier schönes verbindungen das ist gut hier kann man ja doch wieder rauf machen ist ja cool hier wird nichts verschwendet verlassener rucksack astronierdruck 275 vorschuksprobe können wir ja mal scannen energiezellen verbrauchs gegenstand nehme ich mal mit seltsamer gegenstand geretteter eintrag f benutzen fehler ich weiß dass mich die anderen für verrückt halten aber mit dem himmel stimmt irgendwas nicht die sterne stehen völlig falsch ich erkenne keine dieser konstellationen wieder krank es fehler menü globale stabilität 95,69 nehm ich mal mit was ist das hier arbeitslicht uh was ist das schutt 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 also hier ist auch noch mal jemand gelandet ne grauß interessant da haben wir so ein arbeitslicht oh das kann man denn gut benutzen für bergbau und so ne glaube ich so ich brauche immer noch gemisch immer noch die richtige mische ohne mission nichts los hier schott krieg aber trotzdem oxygen ja oder es nur schrott ist gravitationskugel freizeitgegenstand welche auch unendlich sauerstoff das ist ja wie so ein fahrzeug das ist ja richtig cool als fahrzeug benutzen hier ist gemisch war ne jetzt hat es junge gemisch hast du noch eine mischung als gemisch hier ist ein richtig großes bild von dem das ist cool hier hier ist hier ist ja richtig viel gemisch moment warum rollt denn der jetzt hier weg so was brauchen wir jetzt erstmal gar nicht was wir gar nicht brauchen ist tatsächlich dieses organische so also ich mal umsteuern ja dann würde ich sagen dann gehen wir noch mal kurz zurück und geben da unser zeug ab oder ich will mal ein mod machen wenn was ist dann schreibt jetzt er ja mache ich dann wünsche ich dir viel spaß bei deiner mod pflicht und ähm vielleicht sehen wir uns so heute nachher nochmal war dass er nicht wann er wieder kommt aber ich wünsche dir auf jeden fall viel spaß und bis später oder bis montag falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten ich weiß ja nicht wie lange du da machen möchtest oder musst aber ich wünsche dir auf jeden fall viel spaß das kann ich schon mal sagen so also erde brauche ich aber wahrscheinlich auch nur einmal Energiezelle ich habe keine ahnung was ich damit soll legt das ganze zeug erstmal irgendwo hin kleine batterie keine ahnung was ich damit soll aber die können wir ja erstmal hier so hinstellen schon mal anschließen wird schon wie jeden ja bitteschön machs gut so auf der waffe haben wir auch noch ein bisschen das kann ich gar nicht abbauen ok im größeren rucksack so mit zwei drei dinger mehr haben wir auch nicht verkehrt f Forschungskammer printen let's go So, haben wir ja erstmal wieder zurückrollen, oder was? Obwohl, warte mal, wir können ja mal, wir können ja hier so einen Speichel-Reno machen, finde ich. Hab ja festgestellt, das Ding speichert ja nur, wenn man hier reingeht, ne? Aber wisst ihr was, Leute? Starke erste Folge, würde ich sagen, bisher. Wir haben noch nicht einen einzigen Gegner entdeckt, außer diese komischen Pflanzen, aber wir hatten nichts gemacht. Aber trotzdem, jo, wir werden das auf jeden Fall erstmal weiterspielen. Aber das war's soweit mit dieser allerersten Folge Astronia. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder.